Suchen Sie qualifizierte Mitarbeiter oder eine neue Arbeitsstelle? Die Jobbörse bmci-ug.de bringt Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen. Bundesweit, regional und branchenübergreifend. Wir vermitteln unter anderem Jobs in der Krankenpflege. Zum Beispiel 24 Stunden Seniorenbetreuung oder 24 Stunden Pflegebetreuung. Ein Großteil unserer Dienste ist kostenlos. Besuchen Sie für mehr Informationen unsere Webseite. Untertitelung des ZDF, 2020